Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es tut mir leid, Nicole. Bitte, Hebab. James, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Aber wir sprechen doch gerade miteinander. Es tut mir wirklich leid, Nicole, aber du weißt, dass ich es tun musste. Nein, musstest du nicht. Du hättest hier bei mir bleiben können. Ich schaff das nicht, Jamie, wenn du stirbst. Wehr dich nicht, Baby. Es gibt nichts, das mich verletzen kann. Wenn man eine Nuklearexplosion überlebt, dann gibt es nichts. Oh mein Gott, du warst in Cascade Falls? Keine Sorge. Ich leuchte nicht im Dunkeln oder so. Aber der Colonel, ich glaube, er denkt, wir hätten versagt. Dass wir es irgendwie hätten verhindern müssen. Und jetzt will er das wieder gut machen. Wieder gut machen? Was hat er vor? Lass dich von ihm nicht zu einer Verrücktheit verleiten. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich muss los, okay? Ich melde mich wieder. Warte. Ich liebe dich, Jamie. Ich dich auch. Juhu. Wir rückten sofort Richtung Seattle vor und konnten bereits die Space Needle sehen, als vom Oberkommando der Befehl zum Halt kam. Wir sollten unsere Streitkräfte konsolidieren und unbedingt auf die Verstärkung warten. Der Körner widersprach, sagte, dass wir schnell angreifen müssten, weil uns sonst die Zeit davon liefe und Seattle ausgelöscht würde. Aber stattdessen schickte uns das HQ zum Pugetsund, um ein paar Inseln zurückzuerobern. Die Russen hatten dort Marineabwehrstellungen eingerichtet, die wir einnehmen und gegen die Chinesen benutzen sollen. Der Körner wurde in dieser Zeit zu Beratungen abgerufen. Und Webb, inzwischen im Rang eines Majors, sollte in seiner Abwesenheit das Kommando übernehmen. Alle brannten darauf, den Hauptkampf hinter sich zu bringen. Aber zuerst mussten wir eine Insel zurückerobern. Das würden wir ganz im Sinne des Körners tun, schnell und gnadenlos. Okay, Parker. Wir haben die Aufgabe, die sowjetischen Marineabwehrraketenwerfer auf dieser Insel zu erobern. Das Oberkommando hat diesem Unterfangen, in seiner unendlichen Weisheit, eine höhere Priorität als einem Angriff auf Seattle eingeräumt. Die wollen diese Werfer einsetzen, sollte es den Chinesen gelingen, in den Pugetsund einzudringen. Wir haben nur einen Versuch, Captain. Wenn Sie Ihre Flak-Fahrzeuge verlieren, müssen wir die Mission abbrechen. Solange der Körner weg ist, habe ich das Kommando. Es wird sich um einen Angriff in zwei Stufen handeln. Zuerst müssen Sie den Strand von Flak-Stellungen säubern. Dann können wir die Hauptangriffseinheiten einfliegen. Ach, und Glückwunsch zu Ihrer Beförderung zum Captain Parker. Wurde auch Zeit, wenn Sie mich fragen. Und Parker, säubern Sie schnellstens die LZ, damit wir uns das Überraschungsmoment bewahren. Wir sind in Bereitschaft. Befehle erhalten, Sir. Amfibienfahrzeug steht zu Diensten. Setzen den Granatenabber ein, Sir. Infanterie A-Team rückt zum Zielort vor. Infanterie ist unterwegs. Infanterie angriffen. Panzer ist kampfbereit. Ja, Sir. Wir sind bereit, nass zu werden. Bereit zum Infanterie ist unterwegs. Wir rücken aus. Wir sind in Bereitschaft. Bereit zum Dienst. Wir sind kampfbereit, Sir. Infanterie einsam. Infanterie, Angriff. Sofort, sofort. Los, Feuer erwidern. Wir brauchen Befehle. Und Hümpfung. Ja, Sir. Die schießen auf uns. Die Einheit rückt jetzt aus, Sir. Befehle erhalten, Sir. Wir sind kampfbereit, Sir. Wir sind kampfbereit, Sir. Setzen die Flakten mit Leben. In Ordnung. Panzer ist kampfbereit. Ein Feind weniger, Sir. Was jetzt, Sir. Wo wollen Sie die... Greife Feinde an. Ein Feind erfasst. Der Treffer wird bestätigt. Befehle bestätigt. Panzer. Wir rücken aus. In Ordnung, Sir. Wie lauten Ihre Befehle? Ihr PA-Team. Ein Greifer in Kampf ein. Panzer ist kampfbereit. Granaten werden abgefeuert. Wo wollen Sie die... Schieß sie zur Hölle. Infanterie eingreifen. Kampfbeschuss. Wir machen... Machen unterwegs. Ihr PA-Team lauft. Melde, Infanterie ist unterwegs. Panzer ist kampfbereit. Positiv. So gut wie erledigt, Sir. Wir übernehmen den Grenzbereich. Ihre Befeind mal los. Feind im Visier. Kampfmasch. Okay. Bereit zu steigen in den Transporter. Wir steigen ein, Sir. So. Erwarten Befehle. Wir sind verfeindlich. Angreif. Das war der Lede, Sir. Leg den Feind einen Hinterhalt. Alle Mann sind an Bord. Wir brennen Feuer. So. Die Angriffszugung muss dieses machen. Sir. Ihr schießt auf das Ziel. Feindliches Ziel. Anmal in Tempo. Ziemlich viel los. Einsteigen in den Transporter. Wir treffen uns mit dem Transporter. Amphibien. Wir fahren. Wir sind an der Transporter. Alle Mann sind transportant. Wir sind an der Transporter. Alle Mann sind transportant. Alle Mann sind transportant. Alle Mann sind transportant. Wir rücken aus. Sind unterwegs. Panzer ist kampfbereit. Setzen den Granatwerfer ein. Setzen den Granatwerfer ein, Sir. Amphibienfahrzeug steht zu Diensten. Ja, Sir. Infanterie ist unterwegs. Infanterie einsatzbereit. Bin unterwegs. Ja, Sir. Wir sind bereit, nass zu werden. Melde, dienstbereit. Panzer ist kampfbereit. Schwere Infanterie einsatzbereit. Wie lauten Ihre Befehle? Feindliches Fahrzeug wurde vernichtet. Wo wollen Sie die Raketen haben? Ein Ziel zerstört. Feuern Granatwerfer. Ihr PA-Team, was können wir für sie tun? Wir haben voll los. Wir sind in Bereichen. Sind unterwegs. Wie befohlen. Bereit zum Dienst. PA-Team rückt zum Zielort vor. Panzer ist kampfbereit. Oh, jetzt, jetzt muss man aber... Eröffne Feuer. Leg dem Feind einen Hinterhalt. Meinstlicher Panzer, reißen Sie. Leg dem Feind einen Hinterhalt. Jo, das schaffen wir wohl nicht aufs erste Mal. Panzer ist verfügbar. Wir sind in Bereichen. Fahrladewaffe. Schade, dass Sie nicht schneller waren, Parker. Das könnte uns die Initiative gekostet haben. Gut gemacht, Captain. Nö, das... Das... So akzeptiere ich das jetzt aber nicht. So. Wir rückten sofort Richtung Seattle vor und konnten bereits die Space... Okay, Parker. Wir haben die Aufgabe, die sowjetischen Marineabwehrraketenwerfer auf dieser Insel zu erobern. Das Oberkommando hat diesem Unterfangen in seiner unendlichen Weisheit eine höhere Priorität als einem Angriff auf Seattle eingeräumt. Die wollen diese Werfer einsetzen. Sollte es den Chinesen gelingen, in den Puget-Zond einzudringen. Und Parker, säubern Sie schnellstens die LZ, damit wir uns das Überraschungsmoment bewahren. Wir haben nur einen Versuch, Captain. Wenn Sie Ihre Flak-Fahrzeuge verlieren, müssen wir die Mission abbrechen. Setzen den Granatenabwehr ein. Setzen den Granatenabwehr ein, Sir. Solange der Colonel weg ist, habe ich das Kommando. Es wird sich um einen Angriff in zwei Stufen handeln. Zuerst müssen Sie den Strand von Flak-Stellung säubern. Dann können wir die Hauptangriffseinheiten einfliegen. Ach, und Glückwunsch zu Ihrer Beförderung zum Captain Parker. Wurde auch Zeit, wenn Sie mich fragen. Panzer ist kampfbereit. Panzer abinfliegen. Er hat mir Feuer. Wir brauchen Befehle. Feindbeschuss. Befehle bestätigt. Wir stehen mit dem Schmerzfeuer wieder an dem Fahrzeug. Sag, und noch mal eine, und noch mal eine. Panzer sind in Erfbefeuer. Wir rücken am Kettenfahrzeug ist unterwegs. Wo wollen Sie die Raketen haben? Feuer wieder. Infanterie im Kampf. Feuer. An die den Fass sind Fahrer ab. Panzer sind unterwegs. Kampfbereit, Sir. Freie will kampfbereit. Feindliches Ziel zerstört. Befehle erhalten, Sir. So. Wir stehen. Treffen uns mit dem Transporter. Kampfbereit. Wir lassen uns mit dem Entsteigen in den Transporter. Was kann ich tun, Sir? Temp an. Los. Wir sind alle in Transporter. Wir sind los. Infanterie im Kampf. Ja, wir rücken aus. Panzer ist bereit. Ja, Sir. Angegen in den Entsteigen. Wir sind Kampfbereit, Sir. Amphibienfahrzeug steht zu Diensten. Kampf steigen in Transporter. Panzer ist kampfbereit. So. Alle Mann sind an Bord. Hm. Erwarten Befehle. Feinde werden erfasst. Befehle bestätigt. Amphibienfahrzeug. Ja, Sir. Steigen in den Transporter. Ja, Sir. Panzer ist verfügt. Sir. Unterwegs. Das war der Letzte, Sir. Ja, Sir. Panzer ist verfügbar. Anfänger. Was sollen wir tun, Sir? Panzer macht unterwegs. Panzer ist bereit. Rennen wie befohlen, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit. Lass setzen den Granatenaberein, Sir. Befehle erhalten, Sir. Panzer ist kampfbereit. Feuern Granatenaberein. Ihr PA-Team. Greife Feinde ab. Greife Feinde ab. Greife Feinde ab. Wir brauchen Befehle. Wir stehen mit den Schwälen. Panzer ist besiegt. Panzer ist kampfbereit. Sind unterwegs. So, das sollte jetzt... Amphibienfahrzeug. Wir fahre ab. Wir Amphibienfahrzeug sind so langsam. Der Feind wurde neutralisiert. Panzer bin... ...dassel fahrens unterwegs. Positiv. Setzen den Granatwerfer ein. Befehle erhalten. PA-Team ist bereit. Ein Feind will nicht gut gemacht. Die Piloten bringen Ihnen alles, was Sie brauchen. Jo. Die Luftwaffe hat uns gerade voller Unterstützung zugesagt. Fordern Sie sie an, falls nötig. Äh... Keine Ahnung. Was brauche ich so? Alle Mittel sind erlaubt, Packer. Schön, dass Sie so schnell sind wie immer. Ich übertrage Ihnen das Kommando über ein Scharfschützen-Team. Es soll im Wald in Stellung gehen und feindliche Infanterie ausschalten. Diese Jungs gehören zu meinen erfahrensten Scharfschützen. Sie wissen...